Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 und ja wir sind hier schon gleich bei der Mission Ich habe ihn mit ihr Ich kann ihn nicht, er ist mein Gott sei Dank Er ist jung genug für dein Junge Nicht das Internet ein schönes Ding, honey? Insofern habe ich dein Junge gegründet, jetzt gib mir einen Drink Ich habe ein Gespräch Okay, aber mehr Körper werden in meiner Barre Ich versuche, ich werde nicht servieren Sie Herr Phillips Ah, hier ist er Ja, Herr Chang, Freude zu treffen Oh, nein, ich bin Herr Chang's humble translator Herr Chang, jetzt Herr Chang Ich versuche, du bist so schön Sie sprechen Spanisch, wir sprechen zu uns! Herr Taucheng, ich bin froh, dass du mit deinem Freund Oh, ja, er ist so schön Ich sage, dass du wirklich gut bist Wenn du mit meinem Leben in meinem Leben bist Das ist das denn dein Leben in meinem Leben Das ist das, das ist das Das ist das, das ist das Das ist das Ich bin froh, ich bin froh So, der Zeiger war diesen... ...chinesischen Geschäftsmännern hier ein bisschen so unser... ...und zeigen denen so ein bisschen unser... ...Geschäft oder so... Oh... 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 Jaaa! Funktioniert, das ist ja. Okay. Ja. 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 Ja, okay. Ich denke, wir haben ziemlich genug gesehen. Kai-Jung. Oh, schau mal und schau mal die Kontraste, okay? Just ignore die Körper. Hey, Trevor. Wir werden immer noch diesen Batch cook? Okay. Hm. Das hört sich nicht gut, oder? Yo. Das war diese Mission. Das war ja jetzt nicht wirklich lange. Das gebe ich zu. Mal schauen, vielleicht machen wir noch eine. Äh. Map, wo müssen wir denn hin? Schauen wir mal wieder, was es für eine Mission ist. Ja, 8 Minuten. Ja, gut. Da haben wir noch Zeit. Also, ich würde... Ich würde gerne meine Folgen so immer ungefähr... 15 bis 25 Minuten halten und... da ist 8 doch ein bisschen wenig. Ich habe versucht, Trevor. Was? Was ist passiert, Ron? Sie waren hier für dich. Hier für dich. Wer war hier? Die Bikers. Nachdem du Jani K... Dann haben wir uns... ...dammage meine... ...stuff, huh? Sie schrauben meine... ...dammage meine... ...soul. Das. Das, das... ...das... 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 ...die... ...krisis... ...hug-riding, ...häven-headed, ...fruity-leather... ...chap-wearing... ...fucking-asshole! Sie sind scheiße, Trevor. Sie sind scheiße. Sie sind scheiße, scheiße. Warte, warte, du kleine Scheiße. Whoa, whoa, whoa. Michael fucking Townley, right? Bitch-wife, zwei Kinder, 45. Find ihn. Los Santos. Es ist ein großartiges Ort, Trevor. Es gibt viele Leute. Du bist fucking useless. Find out, wer das fucking robben ist, okay? Und wenn Michael Townley lives dort, oder jemanden mit seiner Description, ich werde dich und dein fucking cousin. Am ich jetzt klar? Ja, Trevor. Danke, Wayne. Jetzt schreie. Ja, das ist besser. Ruhig. Jetzt, Ron. Wir gehen. Ich kann nicht glauben, dass sie meine Statue von Impotent Rage destroyed. Die Checke! Die fucking Checke! Ich habe eine Ammu-Nation. Geh zu Sandy Shores Airfield. Schau es aus. Okay, also da sind die Biker, die haben sich gerecht. Haben hier die ganze Bude zerstört. Also, was noch zu zerstören war. Und... Oh. Und... Oh. Äh, und... Was brauchen wir? Ein Schalldämpfer? Äh... Da ist er. Okay, ähm... Wir wollen uns auf jeden Fall rächen und dafür holen wir uns hier einen Sniper Rifle. Und... Und... Ja, da machen wir uns auf den Weg. Schauen wir nach, was wir hier vorhaben. Oh, das ist die Sniper. Die kenne ich schon. Und da habe ich letztes Mal durch die gespielt, ziemlich gefehlt. Also... Oh. Okay. Hau auf da. Geh es ein bisschen schneller? Nein? Okay. Okay. Oh. Okay. Okay. Jaa... Jaaaa... Du wirst das nicht glauben, Ron. Einer dieser Scheiße hat eine Seizure oder was. Das ist mir! Das ist mir! Nicht schreien! Geh es! Bleib mich einfach ab, okay? Okay, dann geben wir einen guten Ron mal eine Take-ung. Okay. Ich check schon mal so ein bisschen die Lage. Stopp! Es ist ein Geist, der unter der Kontrolltower steht. Verdammt! Ich höre ein Motorrad. Sie werden den Mann sehen, den du sahst. Vielleicht, wenn du die Lichter auf der Töne schießt, die Lichter auf der Töne schießt. Oh, fuck it! Es kommt! Quick, quick! Da ist einer, und da ist der andere. Du hast ihn! Jetzt schreit nicht den Mann in der Töne, bis er stoppt und rauskommt. Wird gemacht, Sheriff. Na komm. Komm raus. Komm raus. Fertig? Komm raus! Komm raus! Wir müssen schauen, was er er ist. Oh ja! Ich denke, er ist nur auf dem Todes. Du kannst ihn jetzt riechen! Er ist jetzt nicht erledig! Er ist aus dem Venn jetzt! Er ist jetzt nicht erledig! Wenn der Mann will, er seine Einde hat er seine Grenzen, dann bin ich nicht das Recht! Keine Geist! Er ist da! Okay. Er ist da! Er ist da! Da ist ein Mann in der Macht. Hier ist ein Mann aus der Kontrolltower. Oh! Wie? Achso, muss man gar kein Headshot geben? Achso! Das genügt der Normalschuss! Und ich versuchte die ganze Zeit... Ich versuchte... Ich versuchte die ganze Zeit da den Kork zu treiben. Wo? Oh! Ich versuchte die Stadt! Ja, ich versuchte die Stadt! Ich versuchte die Stadt! Ich versuchte die Stadt! Und, was du machen, nicht auf den Tank! Bitte, Mann! Jemand kommt! Er wird mich aufbauen, bevor ich fertig bin! Er ist auf mich? Das ist es! Er hat mich aufgett! Oh, shit! Ich versuchte die Stadt! Das war's mit dir! Das war's mit dir! Kannst du das? Chopper! Inkommen! Ich habe immer das Chopper lief! Nur f***ing drive! Je sind biker! Es ist für uns, Tee! Wir werden ihnen nicht holen, wenn sie eine Taktikale superiorität haben! Wenn ich den Chopper füge, wird jeder wissen, dass wir hier sind! Ich versuchte den Piloten, wenn er sich versuchte! Sie denken, dass er sich versuchte! Sie denken, dass er sich versuchte! Okay! Yes! Ah! Pachtlich! Fuck! Oh!! Sorry, okay! Dann holen wir mal die Waffe raus. Oh! Scheiße! Oh mein fucking Gott. Halt die Fräse Ron, halt die Fräse. Okay, ähm, von der Seite? Ich habe Angst, dass ich diese Waffe verhindern muss. Okay. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, äh, what the fuck. Was ist irgendwie hier denn? Das müsste eine gute Ecke sein. Kaum draus. Scheiße. Yes. Okay. Man Mode! Man Mode! Man Mode! Doch nicht! Okay. Okay. Let's get to the plane. Let's get to the plane. Oh nein, ich hab... Okay, das wird fehlen. Ich verspreche es euch, das wird fehlen. Ich verspreche es euch, das wird fehlen. Ich verspreche es euch, das wird fehlen. Was sinti, was sinti, keys Zerox 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 ela! Was sienti? Hallo! Was sienti?! WTF... Wo sind das BOMB? Tom! Will das BOMB? Ain't it time to use that BOMB? Samu, no! Ah, you fucking serious? Ain't you gonna use them explosives? Let's go Ronald! Yes! Just one free you, pervert jump, Prec! Oh Gott, was kommt hier jetzt? Fuck you! Was, jetzt muss ich auch noch fliegen? Ich hasse das. Ich habe ihn schon gesehen. Ich dachte, wir waren nur die Hände zurück. Für die Sache mit der Statue. Wenn du schon gehört hast, Ron, wirst du wissen, dass T.P. Enterprises hat sich über die Verkaufung von einigen Verlusten MC-Business in den Armamenten und die Narkotik-Sektoren für ein paar Zeit. Und das kann man... Ja, das kann man... Genau, natürlich. Aber Johnny K. und der Figurin? Die Verkaufungen, meine Verkaufung, insofern, haben nur die Dinge geschehen. Trever Phillips Enterprise ist eine viel stärkere Organisation für den Klub verletzt. Na gut, wir hoffen, wir verbessern die Reihenfolge, zerstören die Aufmerksamkeit, und maximieren die Aufmerksamkeit, all das. Ich hätte nicht mehr erwartet. Für eine Sache, wir werden nicht ein paar Idioten auf die Hände zu stehen, in die Hände zu schützen. Es ist wichtig, die Arbeit, die du hier machst machst. Was ist mit diesem Flugzeug, Brown? Ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin. Okay... Ich hasse fliegen. Vor allem mit diesen Flugzeugen. Ich hasse es so sehr. Aber... Tief fliegen, nichts was noch dazu kommt, ist das verstanden. Dieses Flugzeug ist irgendwie kaputt, oder? Ich halte die ganze Zeit gerade, und trotzdem wird es irgendwie immer... schief. Okay, so. Nope. Äh, wie werfe ich ab? Ich habe ihn! Ich habe ihn! Schiff, er hat er! Schiff, er hat er! Jetzt, erinnern Sie sich, wenn du mich auf die Airstrippe schraubst, dann werde ich deine Karkasse und verwenden Sie in den Cheesecloth. Komm an! Komm an! Drehen! Noch ein bisschen weiter! Noch ein bisschen weiter! Dankeschön! Komm an! Noch ein bisschen weiter! Wir werden ein paar Karten von diesem Hechtwaren machen, Boss! T.A.P. Enterprise ist ein Raising-Guidant. Und die Lost-MC posten unerwartet, hohe Projekte für die kommende Quartal. Sie bekommen alles, was zu ihnen kommt. Eine riesige Kriminelle-Konspiration, wie die Lost-MC sollte nicht einen Goon, wie Johnny K. sie repräsentieren. Er war ein Mann, die über seine Dame war. Ich gehört, er war sehr wichtig. Du hast hartstatt nach dem Kopf knacken die seriousnessen gerade auf ihn. Ich sicher sah. Er war doch. Und bevor das, ich gehöre. Back in Alderney, Mann war Weak für Crystal, Weak für Ashley, Mann war Weak. Ich sollte nicht mit mir sprechen. Er sollte nicht, er war ein F***. Und du ihn korrigst. Er wird nicht so machen. Er wird das wiederholfen. Über den Schwamm, Boss! Also, die Schäden gehen nach Mexiko? Mexiko! Ja! Der Mann auf dem Boot ist Oskar Gussmann. Er ist in mit den Kartellern. Wenn es ein Markt gibt, könnte es ein Weg sein, um das Unternehmen zu öffnen. Ich habe das nicht gedacht. Wir können uns das Oskar kaufen, aber lass das mir, Ron. Entschuldigung zu fragen, Liss, aber ist es Ihr Kontakt? Für dieses Kindes? Weil ich habe diese Royal Fees für die Gewerke, und meine Settlemente. Oh, er betrifft! Mehr als in diesem Land. Oh, das ist gut. Wir sprechen über die gesamte Split, wenn wir gebrochen sind, ok? Ok, Tee! Und die wurden jetzt ziemlich hier ausgerottet vom Traver, ganz alleine. Das ist schon ziemlich leistig. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist die Landebahn? Denn das Schwierigste, was es überhaupt gibt für mich, ist Landen. Ah, scheiße! Da komme ich überhaupt nicht hin. Nope! Da komme ich nicht hin. Dann mache ich noch mal eine Runde. Schauen wir mal nach, ob ich es vielleicht schaffe dann, darauf zu kommen. Nein, 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 nein! Bitte nicht, bitte nicht! Dann! Dankeschön. Danke schön. Nein, 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 nein. Okay. So. Geile Scheiße. Ach Gott. Na gut. Wo wir jetzt nochmal? Kein Wohler. Ich hasse es. Ich kann nicht landen. Ich bin zu fehl dazu. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Jetzt muss ich die ganze Scheiße noch. Are you fucking serious? Okay, das machen wir nächste Folge. Ja, tut mir leid, aber danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.